So, ist es ein bissel spät geworden gestern. Ja mei, wann werde ich denn daheim gewesen sein? So um eine halbe Dings. Ja ja, um eine halbe Dings und dann hast du unbedingt noch was essen müssen. Ja, werde ich halt einen Hunger gehabt haben. Und ein gescheites Räuscherler? Ich? Wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil ich heute in der Früh das Geschirr im Kühlschrank und das Wiener Würstchen im Geschirrspüler gefunden habe. Sonst regst du ja immer auf, wenn ich nichts aufräume. Wir machen es verkehrt.